Hier haben wir den Besatzbereich, hier haben wir den Hammond, ganz tolle Duschen hier, Sauna, der Ruhebereich, wo man sich schön entspannen kann, sich ein bisschen ausrunkern, mittags mal zwei Stunden hier rein und die Seele baumeln lassen, schönes Buch mitnehmen, dann geht es einem richtig gut. Hier haben wir noch Sauna, für unsere Saunagängste, super schön groß, ganz ganz toll und hier gibt es Handtücher, die sind mit dabei, brauchen wir gar nichts mit runterzunehmen.